Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Tutorial dieser Übung. Ich bin Max und während wir uns in den vorangegangenen Tutorials intensiv mit den verschiedenen Werkzeugen zur 2D-Zeichnung und Komposition beschäftigt haben, werden wir nun einen Schritt weiter gehen. In diesem Tutorial werden wir uns mit der Modellierung von Flächen, Freiformflächen und daraus zusammengesetzten Volumenkörpern auseinandersetzen. Es gibt in Rhino eine Fülle von Werkzeugen für die Flächen und insbesondere für die Freiformflächenmodellierung, da diese Anwendung den Hauptanwendungsfall von Rhino darstellt. Wir schauen uns in diesem Tutorial zunächst als kleine Wiederholung an, wie sie anhand ihrer in der letzten Aufgabe entworfenen 2D-Zeichnung einen 3D-Entwurf mithilfe von Extrusionen, Bullschen-Operationen sowie im Wechselspiel zwischen 2D-Zeichnung und 3D-Komposition erstellen können. Im Anschluss beschäftigen wir uns noch mit den sogenannten Lofts, einer sehr häufig verwendeten und nützlichen Modellierungstechnik für Freiformflächen. Schlussendlich dient dieses Tutorial dazu, Ihnen die nötigen Kenntnisse zu vermitteln, um anhand der Aufgabenstellung und Kriterien im Moodle-Kurs eine 3D-Komposition zu modellieren, die in engen Bezug zu ihrer 2D-Zeichnung steht. Als erstes werde ich euch nun einen Workflow zeigen, der hauptsächlich mit Extrusionen in verschiedenen Höhen arbeitet. Dazu werde ich mir jetzt in der Höhe noch eine Art Raster aus dieser Boundary-Curve, die ich hier schon gezeichnet habe, erstellen. Dazu erstelle ich mir, damit ich später flexibler arbeiten kann, nochmal einen neuen Layer und nenne den zum Beispiel Array Boundary. Jetzt benutze ich die Funktion Array Linear. Als mein Objekt wähle ich jetzt meine gezeichnete Boundary aus und bestätige mit Enter. Nun lege ich die Anzahl der Objekte in meiner linearen Anordnung, also in meinem Array fest. In meinem Fall habe ich eine Höhe von 120 mm von dem Würfel und möchte Abstufungen in 10 mm Höhe erreichen. Da ich bei 120 mm ebenfalls noch eine Umrandung als Orientierung erhalten möchte, stelle ich hier also als Anzahl 13 ein. Als nächstes werde ich nach einem Referenzpunkt gefragt. Über diesen ersten und im Anschluss den zweiten Referenzpunkt lege ich sowohl die Richtung der Anordnung als auch den Abstand zwischen den einzelnen Elementen fest. In meinem Fall klicke ich nun als ersten Referenzpunkt in der Perspektive einen Eckpunkt meiner Boundary an. Nun wechsle ich in die seitliche Projektionsansicht bzw. in eine derer, zum Beispiel in die Front. Ihr könnt jetzt sehen, dass ich die Anordnung, also den Linear Array quasi mit der Maus in der Hand habe. Um nun einen festen Abstand einzustellen, kann ich 10 in die Kommandozeile eintippen und dann Enter benutzen, um das Kommando zu bestätigen. Jetzt ist 10 mm Abstand eingerastet. Ich muss aber immer noch die Richtung bestimmen und genau dazu bin ich jetzt eben in die Projektionsansicht gewechselt. Als nächstes halte ich die Shift-Taste gedrückt, um die Richtung einrasten zu lassen und anschließend klicke ich dann noch mit meiner Maus, um den Befehl zu bestätigen. Wenn ich nun zurück in meine Perspektive wechsle, dann könnt ihr sehen, dass ich nun Boundaries in Z-Richtung und im Abstand von 10 mm erzeugt habe. Selbstverständlich könnt ihr für euren Entwurf natürlich auch eine feinere oder auch eine gröbere Einstellung verwenden. Ich gehe jetzt noch hier hin und werde diese Boundaries auf meinen Layer verschieben, den ich mir dafür erstellt habe. Nun kann ich anfangen, den 3D-Entwurf und seine Komposition im Inneren des skizzierten, stilisierten Würfels auszuarbeiten. Dazu eignet sich der Befehl Curve Boolean hervorragend. Diesen haben wir im letzten Tutorial bereits kennengelernt. Ich erstelle mir jetzt hier also abermals einen neuen Layer, nenne diesen zum Beispiel Curves Composition 1 und gebe diesem auch noch eine andere Farbe. und jetzt kann ich meine 2D-Komposition wieder hier entsperren, blende jetzt erstmal das Array-Boundary-Raster aus und wechsle in die Top View und führe dann den Curve Boolean-Befehl aus. Jetzt kann ich hier Bereiche im Inneren der Boundary selektieren, die ich dann zum Beispiel untereinander oder aber auch mit der Boundary verschneiden kann. Die Optionen in der Kommandozeile sind in diesem Fall sehr hilfreich. Hier achte ich zunächst darauf, dass Delete Input auf None steht, denn ich möchte meine originale Zeichnung nicht verändern oder zerstören. Zusätzlich kann ich mit der Option Combine Regions vor jedem Klick festlegen, ob angrenzende Regionen miteinander verbunden werden sollen oder ob ich einzelne Regionen erhalten möchte. Wenn ich mit meiner Auswahl zufrieden bin, kann ich hier in das Innere der zu verschneidenden Regionen klicken, um diese eben über den Curve Boolean-Befehl auszuwählen und bestätige dann mit Enter, worauf sich diese verschnittene zusammengefügte Kurve dann auf meinem neuen Layer befindet. Ich wechsle jetzt wieder in die Perspektivansicht und dann blende ich das Höhenraster wieder ein und kann jetzt beispielsweise diese verschnittene Kurve benutzen, um hier mit Extrude Curve einen ersten dreidimensionalen Körper zu erstellen. Und hier kann ich eben das Array Boundary Raster ziemlich gut benutzen, um sozusagen die Höhe von verschiedenen Extrusionsobjekten anzupassen und festzulegen. Natürlich könnt ihr dabei aber auch Zwischenabstufungen erstellen und seid nicht streng an euer eigenes Raster gebunden. Ich erstelle mir jetzt hier nochmal einen neuen Layer, nenne diesen Extrusions Composition 01 und verschiebe dann mein Extrusionsobjekt auf den gerade eben erstellten Layer. Jetzt blende ich hier nochmal mein Array Boundary Raster aus. Wir sehen jetzt hier, dass ich bei dem Extrusion Befehl, bei dem Extrude Curve Befehl nicht eingestellt habe, dass es ein geschlossenes Objekt sein soll. Um das Ganze zu beheben, kann ich das Objekt auswählen und dann einfach mit dem Befehl Cap schließen, insofern die offenen Flächen bei diesem Objekt planare Flächen sind. In diesem Fall ist das so. Und deswegen konnte ich jetzt ganz einfach über den Befehl Cap dieses Extrusionsobjekt noch schließen. Und dieses Vorgehen wiederhole ich noch ein paar Mal jetzt, um so zu einem ersten dreidimensionalen Entwurf oder einer dreidimensionalen Komposition zu gelangen. Für euch gibt es das Ganze wieder im Schnelldurchlauf. Um einzelne Extrusionen zu verändern, ohne die ganze Extrusion neu erstellen zu müssen, eignet sich das Kommando Scale1D. Dabei wird nur in einer Dimension skaliert. Wenn ich das Kommando also in Z-Richtung anwende, kann ich beispielsweise die Höhe einer Extrusion nachträglich anpassen, ohne in den anderen Dimensionen Verzerrungen zu erzeugen. Ich führe das Kommando nun also einmal aus und wähle dann ein Objekt zum Skalieren aus. Anschließend bestätige ich das mit Enter. Jetzt werde ich nach einem ersten Referenzpunkt gefragt und wähle in diesem Fall eine untere Ecke an diesem Körper aus. Und als nächstes kann ich entweder einen zweiten Referenzpunkt für die Skalierung auswählen oder einen Skalierungsfaktor eintragen. In meinem Fall wähle ich einen Referenzpunkt am oberen Ende des Körpers. Nun habe ich die Höhe des Objektes wie beim Extrusionsbefehl in der Hand und kann hier auch eine neue Höhe in die Kommandozeile eintragen und das Ganze mit Enter bestätigen. Hier jetzt also nochmal Scale1D. mache das gleiche nochmal mit 6 mm und erzeuge so hier Zwischenabstufungen für diese abgetreppte Form. Nochmal mit 4 mm und jetzt habe ich hier von 10, 8, 6, 4 mm Zwischenabstufungen für dieses Objekt erstellt. Um eure 3D-Komposition weiter auszuarbeiten, könnt und sollt ihr natürlich auch mit 2D-Kurven in den unterschiedlichen Höhen arbeiten. Dazu könnt ihr beispielsweise eine eurer Kurven aus dem 2D-Entwurf in eine andere Höhenlage kopieren und dann mit dieser dort weiterarbeiten. Ich werde mir jetzt hier erst noch einmal mit Curve Boolean eine Grundkurve erstellen, diese Kurven miteinander verschneiden und dann hier nochmal eine Kurve und dann im Anschluss auch ein Extrusionsobjekt erstellen. In dem Fall nehme ich hier mal diese Höhenlage, stelle Solid auf Yes, dann kann ich mir den Cap-Befehl im Anschluss sparen und habe jetzt hier nochmal einen Extrusionskörper erzeugt. Jetzt stelle ich mal meine Ansicht hier auf Ghosted, dass ich auch sehe, was hier im Inneren der bereits erzeugten Objekte in der 2D-Zeichnung darunterliegend abgeht. Und dann nehme ich jetzt einmal diese beiden Kurven und kopiere die mit Hilfe meines Höhenrasters auf diese gleiche Höhe hier oben und verschiebe die beiden Kurven dann noch auf meinen Composition Curves Layer. Im Anschluss kann ich dann beispielsweise diese Kurven benutzen, um hier noch ein Objekt draufzusetzen. Und dann zeige ich euch noch einen weiteren Workflow, wie man hier noch nachträglich Vertiefungen in diese Extrusionen einarbeiten kann. In diesem Fall nehme ich eine von den Composition Curves, die ich bereits erstellt habe, kopiere die hier einmal nach oben und erstelle dann im Anschluss mit dem Befehl Offset eine Offset-Kurve. Und mit dieser Offset-Kurve möchte ich jetzt hier in das bereits erstellte Extrusionsobjekt eine Vertiefung einfügen und dazu eignet sich besonders gut der Befehl Make Hole. In diesem Fall hatte ich jetzt diese Kurve schon vorausgewählt, deswegen wurde die Kurve direkt für den Befehl registriert. Ich drücke jetzt nochmal Escape, habe keine Auswahl, verwende das Kommando nochmal Make Hole. Jetzt kommt Select Planar Closed Curves. Ich wähle meine Kurve aus, bestätige das Ganze mit Enter. Jetzt bin ich an dem gleichen Schritt wie vorhin, kann jetzt hier ein Extrusionsobjekt auswählen, bestätige das Ganze wieder mit Enter und kann jetzt den Tiefenpunkt, also wie tief sozusagen meine Vertiefung hier in dieses Objekt geschnitten werden soll, bestimmen. Ich kann den natürlich jetzt komplett durchmachen. In meinem Fall möchte ich einfach, dass an dieser Stelle eine, sagen wir mal, vier Millimeter tiefe Vertiefung ist. Ich tippe also vier in die Kommandozeile ein, bestätige das mit Enter und dann ist das hier wieder gelockt. Ich bestätige das jetzt noch einmal mit einem Klick und dann habe ich hier in meine bereits erstellte Geometrie mit Hilfe von Offset und Make Hole eine Vertiefung hineingearbeitet. Eine weitere Möglichkeit, mit den Kurven der 2D-Zeichnung weiterzuarbeiten, ist das Kommando Extend. Ich kopiere mir dazu einmal hier diese Kurve auf meinen Curves Composition Layer und blende dann im Anschluss die 3D-Komposition und die 2D-Komposition aus. Anschließend verwende ich das Kommando Extend, um diese Kurve hier zu verlängern. Nun kann ich entweder eine bestimmte Länge in die Kommandozeile eingeben, um die ich die Kurve verlängern möchte, oder ich wähle ein Objekt aus, bis zu dem ich die Kurve verlängere. In dem Fall wähle ich jetzt hier einmal dieses Objekt aus und bestätige das Ganze dann mit Enter. Nun klicke ich auf das Ende der zu verlängernden Kurve und sie verlängert sich hier bis zu diesem Kreisbogen. Ich blende jetzt wieder meine 2D-Komposition ein und verwende anschließend wieder das Kommando Curve Boolean, um jetzt mit dieser Kurve und den anderen Kurven hier eine neue Extrusionsgeometrie zu erstellen, beziehungsweise einen neuen Schnitt, eine neue Schnittkurve, bestätige das Ganze wieder mit Enter und kann jetzt diese Schnittkurve wiederum verwenden, um einen neuen Extrusionskörper zu erstellen. Arbeitet gerne auch im Wechselspiel zwischen 2D- und 3D-Komposition. Ihr könnt eurer 2D-Zeichnung für die Kachel also natürlich weiterhin Elemente und Kurven hinzufügen und diese dann auch in die 3D-Komposition integrieren. Achtet jedoch dann besonders darauf, auch die neue Version eurer Kachel abzuspeichern, denn ihr werdet diese später noch benötigen. Wir kommen nun zum zweiten Teil dieses Tutorials. Hier möchte ich euch noch einmal einen weiteren, etwas anderen Workflow für die 3D-Komposition vorstellen. Dabei geht es diesmal um Freiformflächen. Genauer gesagt werden wir uns systematisch mit dem Befehl Loft auseinandersetzen. Ausgangspunkt ist ebenfalls der 2D-Entwurf der Kachel, in meinem Fall bereits mit meinen erstellten Extrusionen. Diese Komposition werde ich jetzt mit Freiformelementen erweitern, aber zunächst ein kleiner Exkurs zum Loft an sich. Loft ist ein Befehl, mit dem Freiformflächen erzeugt werden können. Diese Flächen interpolieren dabei zwischen zwei oder mehreren geschlossenen oder offenen Profilkurven. Damit ihr es euch besser vorstellen könnt, habe ich hier abstrakte Beispiele vorbereitet. Ihr seht hier mehrere Körper, die alle mit dem Befehl Loft erzeugt wurden, jedoch immer mit entweder unterschiedlichen Profilkurven oder gleichen Profilkurven und unterschiedlichen Einstellungen. In rot dargestellt seht ihr jeweils die Profilkurven, die für den Loft-Befehl in diesem Fall verwendet wurden. Wichtig hierbei, es müssen entweder alle Profilkurven geschlossen oder alle Profilkurven offen sein. Ich denke, ihr könnt euch nun ungefähr vorstellen, was mit dem Befehl möglich ist. Wir werden ihn jetzt im Kontext unserer 3D-Komposition übertragen und anwenden. Ich starte also mit dem Entwurf meiner Kachel bzw. mit dem Zwischenstand aus dem ersten Teil des Tutorials. Zunächst erstelle ich mir wieder einen neuen Layer und nenne diesen nun Loft Curves A. Ich gebe diesem auch eine markante Farbe. In diesem Fall wähle ich mal Cyan. Und jetzt verwende ich wieder den Befehl Curve Boolean, um zunächst einmal Kurven für das Loft vorzubereiten. Ich werde jetzt erstmal ein Loft zwischen nur zwei Profilkurven zeigen und dazu erstelle ich mir hier unten erstmal eine geschlossene erste Loft-Kurve. Dann erstelle ich mir noch eine zweite Loft-Kurve. In diesem Fall nehme ich einen anderen Schnitt. So. Und dann nehme ich das Höhenraster, um die soeben erstellte zweite Kurve mit Hilfe meines Rasters nach oben zu verschieben. Jetzt blende ich das Höhenraster wieder aus. Ich erstelle mir jetzt wieder einen neuen Layer und nenne diesen Loft-Surface A. Nun blende ich einmal den Anfang der Komposition aus, sowie auch alle Kurven, die ich für den Extrusionsworkflow verwendet habe, um einfach ein bisschen Klarheit zu schaffen und besser zu sehen, was jetzt hier mit den Lofts abgeht. Als nächstes mache ich Loft-Surface A zum aktiven Layer und führe dann den Loft-Befehl über die Kommandozeile aus. Ich werde jetzt also gefragt, Select Curves to Loft und wähle hier meine zwei vorhin erstellten Loft-Kurven aus. Das Ganze bestätige ich dann mit Enter. Und nun könnt ihr hier schon sehen, dass diese beiden Kurven hier durch eine Verbindungslinie verbunden wurden. Wir befinden uns im Befehl und an dieser Verbindungslinie sind jeweils zwei Pfeile an den Enden und beides gibt uns Informationen über die aktuell eingestellten Optionen für unser Loft. Dabei notiert die Verbindungslinie den sogenannten Seam, also die Naht für die Loftfläche und die Pfeile geben pro Loft-Kurve die Richtung vor. Um völlig wilde, fehlerhafte und unmögliche Flächen zu vermeiden, ist die korrekte Einstellung von Seam und Richtung an dieser Stelle extrem wichtig. Als eine erste Daumenregel könnt ihr euch an dieser Stelle merken, die Richtung der Kurven sollte immer korrespondieren. Es sollten also entweder alle Kurven im Uhrzeigersinn oder alle Kurven gegen den Uhrzeigersinn eingestellt werden. Ein Wechsel der Richtung innerhalb des Lofts erzeugt in so gut wie allen Fällen fehlerhafte Flächen und Objekte. Die Richtung der einzelnen Kurven kann ich, indem ich in die Kommandozeile gehe und auf Flip klicke, anpassen. Nun kann ich auf einen der Seampoints klicken und die Richtung hat sich entsprechend geändert. Jetzt laufen beide Kurven Kurven gegenläufig. Ich muss nun also nochmal auf Flip klicken und klicke dann den unteren Pfeil des Themes an, damit beide Kurven jetzt entsprechend gegen den Uhrzeigersinn laufen. Außerdem kann ich die Nahtpunkte, also die Seampoints, mit einem Klick auf den Punkt und dann mit der Maus an einen anderen Punkt verschieben, um so zum Beispiel den Seam vollständig an eine andere Stelle zu legen und somit den Seam und auch das resultierende Loft anzupassen. Ich habe hier nun einmal beide Seampoints an die linke vordere Ecke meiner Kurven geschoben und sichergestellt, dass beide Kurven gegen den Uhrzeigersinn laufen. Um ein erstes Ergebnis sehen zu können, bestätige ich den Befehl nun erst einmal mit Enter. Sie können nun in der Vorschau sehen, dass zwischen meinen beiden Kurven eine Fläche aufgespannt wurde. Das Ganze sieht allerdings noch ziemlich wild aus. Das liegt nun unter anderem daran, dass die erzeugenden Kurven völlig unterschiedlich aufgebaut sind und eine sehr unterschiedliche Anzahl von Kontrollpunkten aufweisen. Außerdem können Sie sehen, dass hier auch noch ein Fenster mit Optionen angezeigt wird. Diese Optionen schauen wir uns gleich noch einmal genauer an. Zunächst bestätige ich nun erst einmal den Loft-Befehl in diesem ersten Setup mit einem Klick auf OK. Schauen wir uns das Ganze einmal im Rendered View an. Wir können hier sehen, dass die entstandene Fläche ziemlich verzogen aussieht, weil trotz ausgerichtetem Theme und angepasster Kurvenrichtung die erzeugenden Kurven völlig anders aufgebaut waren. Dies können wir jedoch beheben. Ich schiebe das entstandene Objekt jetzt erstmal hier zur Seite, lasse es aber bestehen, damit ihr gleich die Unterschiede sehen könnt. Dann führe ich den Befehl Loft noch einmal aus. Wähle wieder meine beiden Loft-Kurven aus und führe dann die gleichen Schritte wie vorhin aus, bis ich das Optionsfenster sehe. Wenn das Optionsfenster aufgeht, klicke ich hier unten die Option Refit within Tolerance an. Daneben kann ich eine Toleranz einstellen. In diesem Fall ist diese auf 0,001 mm eingestellt und das sollte in jedem Fall für unseren Anwendungszweck ausreichen. Ist diese Option aktiviert, werden die Kurven, mit denen das Loft erzeugt wird, innerhalb des Befehls für das Loft neu aufgebaut und dies mit einer Genauigkeit von 0,001 mm. Bestätige ich das Ganze mit Enter, könnt ihr sehen, dass die resultierende Fläche nun schon wesentlich sauberer bzw. weicher aussieht. Zum Vergleich lasse ich auch das letzte Objekt einmal hier am Rande stehen. Nun erzeuge ich aus meinen Kurven abermals ein Loft. Dabei setze ich auch den Seam an eine andere Stelle. Die Kurvenrichtung ist immer noch synchron, also beide Pfeile laufen in die gleiche Richtung, beide Kurven laufen entgegen dem Uhrzeigersinn. Bestätige ich nun mit Enter, kann ich hier trotz eingestelltem Refit eine fehlerhafte, sich selbst schneidende Fläche sehen. Dies kann bei stark unterschiedlich parametrisierten Profilkurven trotz Refit auftreten. Ich breche den Loft-Befehl an dieser Stelle einmal ab, um einen Lösungsansatz zu demonstrieren. Dafür blende ich wieder alles andere aus, damit Sie besser sehen können, was hier passiert. Nun sprenge ich die beiden Kurven auf mit dem Befehl Explode und füge dann diese beiden Freiform-Segmente hier wieder mit dem Befehl Join zusammen. Wenn ich die Kurven ausgewählt habe, könnt ihr schon sehen, dass sich vor allem bei der oberen Kurve die Kontrollpunkte extrem ungleichmäßig hier am Rand in der Ecke stauen. Dies kann ich beheben, indem ich diese Teilkurve mit dem Befehl Rebuild bearbeite. Dabei achte ich darauf, dass die angezeigte Abweichung hier unten unterhalb meiner Dokumententoleranz von 0,001 mm bleibt. Am besten wählt ihr für die Anzahl der Kontrollpunkte hier oben dafür mindestens die Anzahl der ursprünglichen Kurve, die links daneben angezeigt wird. Ich habe jetzt hier eine Toleranz von 0,0003 mm und bin somit unterhalb meiner Dokumententoleranz. Bin ich zufrieden, bestätige ich den Befehl Rebuild mit OK. Anschließend füge ich alle Teilsegmente wieder mit dem Befehl Join zu zwei geschlossenen Kurven zusammen. Nun führe ich abermals den Loft-Befehl aus und setze dabei den Theme an genau die Stelle, wo ich ihn eben hingesetzt habe. Bestätige ich nun mit Enter, könnt ihr sehen, dass ich nun durch die vorherige Bearbeitung mit Rebuild eine sehr smooth und gleichmäßige Fläche erzeugen kann, die auch keine Artefakte hier in diesem Bereich mehr aufweist. Ok, das war schon einiges. Die Möglichkeiten und Optionen hören aber hier noch nicht auf. Ich werde euch jetzt noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Loft-Befehl zeigen, nämlich nicht nur mit zwei Profilkurven, unten und oben, sondern mit mehreren Profilkurven arbeite. Für dieses Beispiel schiebe ich jetzt erstmal all die erstellten Lofts hier wieder beiseite, damit ihr den Vergleich habt. Anschließend wechsle ich, damit man das besser sieht, nochmal in die Shaded-Ansicht. Dann kann man nämlich hier die ISO-Kurven der einzelnen Flächen besser erkennen. Jetzt kopiere ich mir mit Hilfe von meiner Boundary und meinem Höhenraster wieder diese untere Kurve einmal um zwei Ebenen nach oben und anschließend kopiere ich mir für mein Beispiel diese obere Kurve, ebenfalls in diesem Fall allerdings um 1, 2, 3 Ebenen nach unten. So. Achtung! Jetzt blende ich hier wieder alles aus und dann verwende ich wieder den Loft-Befehl und wähle anschließend alle vier Kurven aus. Achtung! Hier ist es jetzt wichtig, die Kurven in der richtigen Reihenfolge auszuwählen, also in meinem Fall von unten nach oben oder von oben nach unten. Denn der Loft-Befehl richtet sich streng nach der Klick-Reihenfolge. Das kann gezielt eingesetzt werden, kann versehentlich aber auch zu sehr wilden Ergebnissen führen. Habe ich alle Kurven angeklickt, in der richtigen Reihenfolge und ausgewählt, bestätige ich wieder mit Enter. Anschließend versetze ich noch den Theme dieser Kurven und zwar hier an die hintere rechte Kante, die hintere rechte Ecke, so wie es im vorangegangenen Beispiel auch schon war. Habe ich den Theme versetzt bzw. kontrolliert und auch sichergestellt, dass wieder alle Richtungen der Kurven synchron verlaufen, in meinem Fall gegen den Uhrzeigersinn, kann ich das Ganze wieder mit Enter bestätigen. In der Vorschau seht ihr jetzt schon, dass das Loft etwas anders aussieht als vorhin. Und dies liegt daran, dass die zusätzlichen Profilkurven, die ich jetzt hier eingefügt habe, ähnlich wirken wie die Kontrollpunkte beim Erstellen einer Freiformkurve. Ich kann durch die Art und Positionierung zusätzlicher Profilkurven, also den Verlauf des Lofts und dessen Krümmung kontrollieren und manipulieren. In meinem Fall bestätige ich das Ganze jetzt wieder mit einem Klick auf OK und anschließend schiebe ich alles wieder beiseite, denn jetzt werde ich euch noch mehr Gestaltungs- und Einstellungsmöglichkeiten zeigen, indem wir mit noch mehr Profilkurven arbeiten. Für dieses letzte Beispiel erstelle ich mir jetzt noch zwei zusätzliche Loftkurven. Dazu blende ich meine 2D-Komposition und meine Bounce wieder ein und benutze dann wieder den Befehl Curve Boolean, um hier noch einmal einen anderen Schnitt dieser Kurven zu erzeugen. Die entstandene Kurve kopiere ich anschließend bzw. verschiebe ich anschließend mit Hilfe meines Höhenrasters nach ganz oben. Sagen wir mal hier hin und anschließend kopiere ich die auch noch einmal eine Ebene höher. Dann blende ich mein Höhenraster, meine Bounce und meine 2D-Zeichnung wieder aus, damit Sie besser sehen, was hier passiert. Das weitere Vorgehen kennt ihr schon. Loft-Befehl, Kurven in Reihenfolge auswählen, Enter, Theme checken, Kurvenrichtung checken, alles fein, Enter, Vorschau. Nun wird das Optionsfenster noch einmal relevant. Hier oben kann ich nämlich zwischen verschiedenen Arten der Erzeugung wählen. Zunächst gibt es das normale Loft, das wir uns bisher ausschließlich angeschaut haben. Dabei folgt das entstehende Loft an den Stellen seiner Profilkurven recht genau dem Querschnitt und der Form, die durch die Loft-Kurve vorgegeben wird. Zwischen den Profilkurven kann die Fläche aus dem Profil ausbrechen, um zur nächsten Profilkurve zu interpolieren. So wird dann die Loft-Fläche erzeugt. Stelle ich den Style jetzt mal auf die Option Loose, werden nur noch die erste und die letzte Loft-Kurve als wirklich strenge Vorgabe behandelt. Die Zwischenkurven haben zwar Einfluss auf die entstehende Fläche, diese folgt jedoch nicht streng den vorgegebenen Kurven, sondern interpoliert diese stärker. Da in dieser Variante die Flächenkontrollpunkte des Lofts an die Stelle der Loft-Kurve gesetzt werden. Hier können Sie sich vielleicht an das vorangegangene Tutorial erinnern, als Sie mit den Kontrollpunktkurven gearbeitet haben, die sich vom Prinzip her genauso verhalten. Wenn die Option auf Tight gestellt wird, folgt das Loft sehr strikt den vorgegebenen Loft-Kurven. In diesem Beispiel ist der Unterschied zum Modus Normal relativ gering. Prinzipiell wird das Loft aber hier unter strikteren Constraints erzeugt, als im normalen Modus. Zu guter Letzt gibt es noch den Modus Straight Sections, bei dem alle Flächen als Regelflächen, also abwickelbar, erzeugt werden. Dadurch entsteht sehr viel weniger bis gar keine Freiformgeometrie, da zweifach gekrümmte Flächen nicht abwickelbar sind. Es lässt sich so aber eine sehr polygonale und facettierte Optik erzeugen. Die genauere Erklärung des letzten Modus, nämlich des Uniform-Modus, sparen wir uns an dieser Stelle, da wir sonst sehr tief in die mathematischen Hintergründe einsteigen müssten. Für diejenigen, die entweder sehr versiert oder sehr interessiert sind, dieser Modus sorgt für gleichförmige Knotenvektoren im resultierenden Loft. Ich wähle jetzt in diesem Fall einmal den Modus Loose und bestätige dann das Loft mit OK. Bei den gerade erstellten Lofts handelt es sich nun um einen offenen Körper. Das bedeutet, dass dieser Körper kein geschlossenes Volumen ist, da oben und unten die Deckflächen fehlen. Um zwischen offenen und geschlossenen Körpern zu differenzieren, lohnt es sich einen Blick in die Kommandozeile zu werfen. Wähle ich das vorhin erstellte Loft aus, wird mir angezeigt One Open Poly Surface Added to Selection. Zur Verarbeitung in den kommenden Aufgaben ist es jedoch essentiell, dass Ihre erstellten Körper immer geschlossene Volumina sind. Diesen Körper kann ich nun, wie vorher auch, einfach schließen, indem ich ihn auswähle und dann den Befehl Cap verwende. Ihr habt nun die grundlegende Arbeitsweise mit dem Befehl Loft kennengelernt. Beachtet bitte, wie ihr die Elemente der 2D-Zeichnung in die 3D-Komposition integrieren und aufnehmen könnt. Eine Kurve auf der untersten Ebene kann mit einem Loft beispielsweise in eine andere Kurvenkonfiguration in einer höher liegenden Ebene interpolieren. Schaut euch die 3D-Komposition immer wieder aus der Top View und auch aus verschiedenen Perspektiven an, um zu sehen, ob die Elemente der Zeichnung gut in die 3D-Komposition aufgenommen wurden. Es ist gut möglich, dass ihr die 2D-Zeichnung noch nachträglich anpasst. Ich möchte euch an dieser Stelle besonders ermutigen, im Wechselspiel zwischen der 2D-Zeichnung und der 3D-Komposition zu arbeiten und so immer wieder kleinere Anpassungen und Änderungen vorzunehmen, um 2D-Zeichnung und 3D-Komposition aufeinander abzustimmen. Beachtet bitte, dass ihr die veränderte Version eurer 2D-Zeichnung dann auch immer wieder abspeichern solltet, da wir diese Datei später für die weiteren Aufgaben noch benötigen. Was ich mit dem Wechselspiel zwischen 2D-Komposition und 3D-Komposition meine, seht ihr im folgenden Zeitraffer, in dem ich jetzt hier meine Beispielkomposition noch weiter ausarbeiten werde. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ihr könnt hier in meiner Beispielkomposition nun sehen, dass ich mit verschiedensten Extrusionen und mit verschiedenen Lofts gearbeitet habe, die sich alle auf die 2D-Zeichnung, die zugrunde liegt, beziehen. In meinem Beispiel habe ich nicht viel mit Verschneidungen gearbeitet. Wenn ihr jedoch in euren Kompositionen mit mehreren extrudierten und oder mit gelofteten Körpern arbeitet, die sich gegenseitig schneiden, könnt ihr natürlich die Buhlschen Operationen einsetzen, um die Körper miteinander zu einem geschlossenen Körper zu verbinden. Bitte beachtet auch zu dieser Aufgabe besonders die formalen Vorgaben bezüglich des Würfels aus der Aufgabenstellung in Moodle. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und wünsche viel Freude und Kreativität bei der Bearbeitung. Unser ganzes Team freut sich schon auf eure Ergebnisse. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal.